Wieland Welte heißt er oder Künstlername Rumatra aus Bonn ist ein Content Creator 26 Jahre jung und im Tunnel. Los geht's. Scheint aktiv zu sein, ich glaub bei dieser Streaming-Plattform. Ja, 625.000 Follower. 625.000? Rumatra. Er war im Wasser, ne? War er im Wasser? Also hat er Griffkraft nicht so viel trainiert. Aber gucken wir nochmal drauf. Da ist er aber auch selbst überrascht. Ja, da sehen wir es ganz deutlich. Der linke Fuß berührt das Wasser und das ist auch in Staffel 7, Folge Nummer 3. Wobei ich denke, das war eigentlich ein gelungener Auftritt. Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute heutzutage ist sehr, sehr kurz. Ich denke, dass du da als Content Creator bei einer Sache von 19, 20 Sekunden genau im Soll liegst. Was hast du gesagt? Bei Content Creator bin ich erst eingestiegen. Fang du an. Hallo, ich bin YouTube. Hallo, ich bin... Wo sind wir denn noch zurück? Bei RDR Plus! RDR Plus gibt's uns auch ganze Staffel. Ja, und Ausschnitte bei YouTube. Also hier klicken und da klicken. Also du bist YouTube und ich bin RTL Plus. Ja. Und das hier ist Ninja Warrior Germany. So sieht's aus.